Ja, hey und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Cyberpunk 2077 und wir spielen jetzt gerade die aktuellste Version, denn es gab ja ein Update und wie wir sehen, wir haben immer noch den guten Johnny als Titelbild bzw. seinen Spruch, den wir natürlich auch gleich wieder weg machen werden. Wow, ja wie gesagt, es gab jetzt ein Update, was es genau behoben hat und was da und da anders ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, da mir das dann eigentlich im Endeffekt Boogie ist, denn ich spiele einfach so, wie es kommt. Wenn das Spiel jetzt allerdings doch irgendwie hier und da super Brain ist, super MS, dann muss man erst mal Pause machen. Bis jetzt läuft es gut und ich habe mir spontan überlegt, wir treffen uns doch mal mit dem guten Takemura und ja, mal gucken, wie es ihm so geht, denn wir hatten ja in den letzten Folgen hier und da ein paar Nebenmissionen erledigt. Und ja, treffen wir uns einfach mal mit ihm und zu gucken, wie es mit der Hauptstory weitergeht, weil wie gesagt, ich weiß nur noch nicht genau, wie lange wir allgemein das spielen werden bzw. die Story geht und ich glaube, da ist schon eine kleine Veränderung. Hier gibt es schon wieder Probleme, da muss ich natürlich kurz mal Hallo sagen. So. Ja und wir haben ja jetzt eine neue Fähigkeit, wir können jetzt die Leute dazu bringen, dass sie ja ihre Granaten aktivieren, aber ich würde sagen, wir machen das übliche erstmal schön versäuchen. Auch wenn das nicht effektiv war, das ist schlecht, aber vielleicht können wir ja, bevor er uns sieht, können wir ja den hier machen, zack. Und bei ihr würde ich sagen, äh nein, dann machen wir ein politisches Protokoll. So, äh, ja, nee, ja, 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 ja und ja, wunderbar, perfekt. So, kurz mal gehackt und, ähm, machen wir den hier. Na, mal gucken, was passiert. Ich komm dich jetzt suchen. Hat er mich jetzt gesehen? Nein, nein, er hat mich nicht gesehen. Ach, das ist aber blöd, ne? Das tut mir jetzt aber leid, dass er mich nicht gesehen hat. Warte, ich werde ihm auf die Spreche. Oh, fuck, falsche, äh, ja. Da. Oh nein, da ist noch jemand auf. Oh, fuck. Oh. Wow, 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 wow. Wow, ist der schnell. Ich meine natürlich, wow, ist der schnell tot. Also, ne? Schön, schön. So wie es sein soll. Und wir sind wieder überlastet. Ach, Mensch. Ja, trotzdem immer alles mitnehmen. Ich hoffe jetzt, ich habe jetzt hier nicht ernsthaft jemanden verletzt, den ich nicht hätte verletzen dürfen. Wenn doch, na ja, kann passieren, ne? Okay, das sieht gut aus. Was haben wir hier Schönes? Mission abgeschlossen. Das Motorrad ist, ja. Neue Waffe. Äh, was? Gespräch, Tanja und Andri. Hör mal, ich deal nicht mehr für Maelstrom. Seit gestern arbeite ich für die Klaus. Klaus, Klaus, Klaus? Ist das eine kluge Entscheidung? Du hast echt keinen Schiss. Die Bezahlung ist besser, viel besser. Ein schickes Apartment und Schutz. Gut, nur ein Idiot würde da Nein sagen. Ich hoffe, du hast recht. Wir werden sehen, warum haben sie dich überhaupt gefragt. Äh, Beziehungen. Und mit mir kommen sie an neue Kunden. Gut, das ist ein Argument. Ja, ich bin gleich da. Juhu. Juhu. Komm ich hier irgendwie... Ne, das ist zu hoch, ne? Könnte ich irgendwie improvisieren? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Dill May, altes Haus. Ich bin's. Ich bin's. Der gute Wie. Kann er gerade wirklich nicht weiter fahren, weil das Auto so weit... Äh, ja. Ja. Hallo? Jetzt. Okay. Das kann weg. Ach ja, klar. Wir haben's ja direkt nach Gewicht sortiert. Also können wir quasi hier schon wirklich das, was... Ja. So, lala ist erst mal weghauen. Ich glaube, die Waffe hätten wir gebraucht, ne? Ja, die Waffe hätten wir gebraucht. Verdammt. Müssen wir noch mal kurz rein. Und holen sie uns mal wieder. Beziehungsweise wir holen uns unsere Lieblingswaffe zurück. Unser gutes altes Baby. Was wir dann auch gleich mal anlegen werden. So, hier schön. Äh, zack. Na, funktioniert's auch? Jawohl, funktioniert wieder alles perfekt. Ja, ab dafür. So, ganz gemütlich. Schade, dass der gute Del mit uns grad nicht redet. Aber vielleicht redet er später wieder mit uns. Wir kennen ihn ja, ne? Nur zu gut. Den alten Hodegen. Hoppala. Sorry. Aber er kann zumindest nach vorne. Also alles gut bei ihm. Alles in Ordnung. Nee, nee, nee. Kann ich die nicht? Doch. Äh, hallo? Hallo? Da? Nein? Nein? Da? Ja? Hier? Da? So guckst du? Guckst du hier? Und machst du den? Bei dem machst du, äh, dem? Bei dem machst du, äh, okay. So, reichen. Alter, was ist mit der Schadensanzeige los? Die nehmen aber mehr als ordentlich Schaden. Also, hu, Mut ab. Zurück! Entspann dich mal, pendejo! Ey, wo kommst denn du her? Oh, danke schön. Ich bin nicht an! Doch mal locker. Äh, hallo? Ich will... Hallo. So, geht doch. Kommt er jetzt hier her? Nee, okay. Äh, zack. Nein, das war Burnable. Ja, doch. Nee, warte mal. Was war das? Ah. Das war der Ping. So. Bada bing, bada boom. Bada bing. So, das soll reichen, ne? Geht's Ihnen gut? Genau, gehen Sie lieber in Deckung. Scheiße, nicht mich! Ja, ja, alles cool. Alles cool. Ich bin nur der Sammler vom Dienst. Äh, so. Okay. Alles gut, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ich muss mal... Erstmal... Erstmal... Ja, erstmal zieht wieder die Cam rum, beziehungsweise... Ich kann mich nicht heilen. Okay, wunderbar. Wow. Nein. Jetzt, geht doch. So. Oh, Anruf. Hi, River. Wie, hey. Ich brauche deine Hilfe. Steht es so schlecht ums NCPD, dass ihr Hilfe von Söldnern braucht? Wir sollten nicht übers Holo reden. Wir müssen uns treffen. Sag mir, wann und wo. Gern, heute Abend. Ich schicke dir die Details. Schaust du das? Wird's versuchen. Danke, wie. Bis dann. Oh, Mann. Ich wollte doch jetzt, äh... Ich wollte mich doch mit unserem Kumpel Takamura treffen. Ach, Mensch. Lass uns heute Abend treffen. Pacific Bowrant, Ecke Market Street. Ja, gut. Heute Abend. Wie spät haben wir es? Wie spät haben wir es in-game? 19.17 Uhr. Ja, da müsste man, glaube ich, doch relativ den Besuchern erst mal schaffen können mit dem guten Takemura, ne? Sind wir schon wieder voll, wir sind wieder voll. Ich bin schade, dass das Fahrzeug nicht direkt zu uns gefahren kommt, wenn wir das einmal rufen, ne? Ja, schon lustig. Alter, was ist mit dir los? Ist auch schon ziemlich am Wackeln hier. So, ich habe wieder was zum Einlagern. So. Oh, sieht gut aus, aber nein. Brommer ist man nicht. Die haben wir ausgerüstet. Brommer nicht. Brommer nicht. Okay, wir können uns später noch mit den lilanen Waffen beschäftigen, weil die haben irgendwie drei Modifikationsslots. Slots? Stimmt. Was gut sein könnte. Aber wie gesagt, jetzt erst mal zu unserem guten Freund. Kacke Mürer. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt, ihr versteht. Oh, was ist denn da oben schon wieder los? Moment mal, wollen wir hier schon mal? Ganz ruhig chillig, ne? Ganz chillig. Woopo kick? Ich hab das Gefühl, du schaust dich! Ich hab das Gefühl, du schaust dich! Naja, verpiss dich einfach, ne? Ähm, wir machen mal Breach-Protokoll. Wir breachen uns da durch, ähm... Perfekt. Wo versteckst du dich? Du kannst bohre. Ich würde gern die Granate aktivieren. Das Problem ist, wie hoch stehen die Chancen, dass da jemand drauf geht, der nicht sterben soll? Afterlife-Legende? Was? Ähm, hallo? Nein! Was bist du denn? Oh Gott! Bist du Hammerhead? Bist du Hammer-Typ? Du bist gleich ein toter Typ. Ich mach den hier. Du bist du... wow 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 wow! Oh! Ähm... der ist umgekippt, das finde ich gut. Ich würde sagen, ich trete noch mal kurz nach. So! So, sollte reichen, ne? Backern, was? Achso, ein neues Auto. Ja, schön. Schön für dich. So, Aufräumer vom Dienst. Wow, da kriegen wir erstmal hier voll die super Trophäe. Auf der Live-Legende haben wir schon so viel ich gucke natürlich jetzt nicht nach, was das genau gewesen ist. Ich gucke dann nach, nach der Aufnahme. Denke ich mir so, okay. Kann man eigentlich Missionen verkacken, wenn man jetzt nicht pünktlich da ist? Zum Beispiel, wir treffen uns abends und ich bin abends nicht da. Oder zählt das dann nur, wenn man so wie in der letzten Folge das mit dem Schießstand war das? Oder in der... Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Beziehungsweise... Oh Gott, ne. Äh, egal. Auf jeden Fall in der einen Folge, wo wir äh, diese, ähm, Flaschen abschießen sollten. Die Trinkspiele, oder wie das war? Was macht das hier? Aha, können wir überlasten. Cool. Ähm, wo wir die Trinkspiele machen sollten und dabei schießen sollten, was wir ja leider versemmelt haben. Aber, ja gut, ne. Das kann passieren. Gibt's ja eigentlich noch irgendwo Taro-Kopf? Naja gut, dazu später mehr. Belastet sind wir nicht, das ist schön. Ja. Ab geht's. Danke, Mura, ich bin gleich da. Oh, Mann, Alter. Mein Gott, Junge. Lauf. Nein, nein. Nein. Bitte steh auf. Bitte steh auf. Bitte steh auf. Es tut mir leid. Bitte. Ja, Mann, ja, Mann. Oh Gott, sorry. Sorry. Alter, es tut mir leid. Schlau. Ja gut. Sie hat, äh, sie hat überlebt. Also, alles in Ordnung. Wo müssen wir eigentlich, äh, wo müssen wir, wir müssen. Müssen wir da hoch? Uh. So. Einfach mal eine Abkehr. Du musst mich verarschen. Willst du mich verarschen? Da ich dachte, ich könnte sie eine Abkehr zu nehmen. Alles umsonst. Hä? Wie kann ich denn da bitte schön hoch? Also, die Treppen funktionieren dort noch nicht. Also, zumindest kann ich jetzt da nicht irgendwie hin, ne? Aber vielleicht doch. Äh, oder gibt's hier einen Aufzug? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass ich wieder den Aufzug übersehen habe. Der gut ist für uns. Zumindest rennen kann ich wieder nicht. Sehr schön. Ähm. Was? Was? Wo führt mich jetzt... Äh? Was ist denn das bitte schön für eine blöde... Wie... Alter. Was ist das? Ich hatte die Person hier selten noch gesucht. Hm. Nein. Wir wollen uns jetzt mit dem guten Takemura treffen. Und ich kann wieder laufen. Juhu. Aber wie soll ich denn jetzt hier bitte schön da hin? Hä? Da lang? Also doch ein Aufzug. Ach, verdammt. Immer diese Aufzüge. Letztes Jahr hat die Regierung von 1932 Konzerne von der Einkommenssteuer befragt und das einfach so. Und darunter war ein Kantar Arasaka. Nur Technologies und Dinalar. Diese Konzerne erzielt zusammen ein Vorhaben. Das werden bestimmt auf ihn warten. Moment mal. Was ist denn das hier für eine Figur? Ich war als einziger entschieden dagegen. Ich soll mich Ihnen zeigen, was ich in diesem Gesetz... Wie das Retter, oder? Die Bürger von 1932. Nicht zum Bürger. Koch. Ey, Koch. Ey, Koch. Ey, Koch. Ey, Koch. Es sieht so gut aus. Oh Mann. Schön, schön, schön. Oh, hier ist dann doch was. Mucke, Mucke. So. Ey, die kenne ich doch. Danke, Mucke. Oh, Patrouille NCB. Okay, okay, alles klar. Ey, ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Ah, da bist du ja. Hallo, ich bin's. Hallo, hallo, ich bin's. Wie, kennt ihr mich? Schön, dich zu sehen, Guru. Goro, schön, dich zu sehen. Ich auch. Ich habe selbst ein paar Informationen geschaut. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade erhnen wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Ich dachte, Juri hat es nicht so mit Tradition. Und was bringt uns das? Was hat Yorinobu davon? Er gibt doch einen feuchten Furz auf Tradition und Ehre. Allerdings. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde ergeben. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier. Kumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sie nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanagosamas Wagen käme, dann gehen wir dich unter dir auf mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Unmöglich, selbst mit den Plantaten vor den ganzen Leuten. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Und wie willst du das bewerkstelligen? Wie? Du hast sie ja nicht mehr alle. Vor den Augen der Zuschauer und den Sicherheitsleuten? Ich mache dir keine Gedanken. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Äh, Hex sind nicht meine Stärke. Hä? Warum kann ich das nicht? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja. Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen. Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Spritter. Der war nicht billig. Aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Ach so, jetzt verstehe ich. Hätte ich jetzt, äh, äh, Minus, also nicht die 11 von 5 gehabt, sondern 4 von 5 hätte ich sagen können, Hex ist nicht gemeint. Woher hast du den Spritter? Hast du diesen Spritter her? Andere Kanalseite. Kabuki? Dann könnte der wirklich was taugen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. Gut zu wissen. Dann gib mal her, das gute Stück. Es gibt noch was zu besprechen. Was denn? Der Virus zerstört mich jetzt? Der tötet mich? Der Tötet mich. wenn wir sie hacken können genau wo sich die Schützen befinden du kümmerst dich um sich warum mach ich die Drecksarbeit auch ich muss mal wieder die ganze Drecksarbeit erledigen wir tauschen was willst du hier sagen hallo ich bin wie ich mag Sushi Hanna Rosammer kennt mich nur ich kann das tun ist doch aber auch ein gutes Argument Hallo was sagst du zu einem kleinen Testlauf der Kamerakontrollraum ist vor uns du musst nur darauf zugreifen das Netzwerk infizieren und in der Zwischenzeit machst du was wie ich inzwischen während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an ich passe auf dich auf na los ok brich in den Sicherheitsraum ein wir haben keine Zeit zu verlieren ach so hier boah gewaltsam wirklich hochathletisch ja gut das gibt auch punkte das finde ich auch sehr schön gibt es irgendwie Gegner oder sowas gibt es irgendwas darauf ich Angst haben muss sehr schön so und ja let's go es hat funktioniert gut dass wir nicht hier so Hacking System machen müssen wenn wir uns bei sowas anschließen sondern wirklich nur rein damit und fertig so wenn es jetzt keinen Stress gibt und das System hört auf uns ich bin ein Dieb oder das System hört auf uns der Splitter funktioniert gut das war der leichte Teil in den Arasaka Industriepark einzubrechen wird nicht ganz so einfach aber bevor wir dazu kommen jetzt muss ich mich umziehen muss ich meinen Quick Hack Virus aktivieren oder ach so erstmal was zu hacken setz dich ich habe seit gestern nichts gegessen ok gib mir das beste was du hast heute empfehle ich die Jakd irgendwas das nicht von hier ist bitte wir sehen uns morgen ich kann nicht glauben dass ich das sage aber dieser Saka Scheißer könnte nützlich sein er ist wie ein abgerichteter Hund der braucht nur Befehle und wenn er seinen Teil erledigt hat machen wir ihn kalt das sehen wir dann könnte immer noch gefährlich sein könnte immer noch gefährlich sein Takamura ist kein schlechter Kerl das sehen wir dann chill mal Johnny für dich ist er Saka abschauen ich weiß aber Goro ist kein schlechter Kerl kein schlechter Kerl? er war Saburu Arasakesichts Leibwächter meinst du er hatte den Job wegen seiner schönen Augen? was ist das? Jakitori ich habe alles durchgebracht erstens wir brechen im Arasaka Industriepark ein und herken Hanak Osamas Festwagen zweitens mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschutzner auf der Parade drittens ich springe in den Wagen viertens ich sage Hanak Osama die Wahrheit fünftens oder macht uns kalt fünftens oder macht uns kalt fünftens oder macht uns kalt und pisst auf unsere Leichen er wird Hanako zu keiner Zeit allein lassen oder wird es nicht wagen die Hand gegen mich zu egen was ist mit mir? das ist etwas anders du solltest dich von ihm fern halten ich mache ihn kalt und gut ist wir werden beide drauf gehen das ist ja klar oder? ich habe schon ein Schlimmeres durchgezogen also na erstmal was zu netten kann ich die alle essen? ich habe schon schön was das ist ist das dein persönliches Hepoku Ritual? wieso? soweit ich das sehe bringt uns dein Plan beide rum weißt du echt gern warum das Risiko ist hoch ja aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance du hast nichts zu verlieren wie ich ich sehe es in deinen Augen und nun trennen wir uns Aufklärung ist erforderlich ok kümmere dich allein darum du kennst dich statt mich lass mich schnell was machst du denn? lass dich nicht von alleine gib ihm nur ein paar Meter Raum und er wird gleich über seine scheiß Ehre stolpern du bist ein Fremder in einem fremden Land ich komm mit hm stimmt und du mit deinen Fähigkeiten mit deinem debischen Geschick gut wir machen das gemeinsam hoch lauter lauter ja Rinope höchstpersönlich und das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert und die an sich hin ergeben Arasaka ein Imperium für die Ewigkeit bevor Yorinobu es von einander angezündet hat alles bekam mit ihm die Fraktion die Machtkämpfe das alles ist XOR jetzt esse ich erst mal auf und dann dreht mal Jens die müdlich weiter so also welche Fraktionen Yorinobu hat die rebellische Arte her wieso hat Zaporo das zugelassen erstmal hier es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka welche es gibt's drei Kiji Hato und Taka Kiji wurde in Stabilität und die alte Ordnung sie stehen fest hinter Hanako-sama Hato sind Liberara und unterstützen Michiko-sama Zaporo's Enkel über sie weiß ich nur wenig die dritten im Bunde sind Taka Verräterhunde die hinter Yorinobu stehen und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen erzähl mir ein andermal von ihnen woher hat Yorinobu diese rebellische Ader das weiß keiner vielleicht kann ich ihn das bald fragen persönlich warum hat Zaporo das toleriert ich verstehe das nicht hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können Arasaka-sama war ein starker distribuierter Mann der stärkste den ich je gekannt habe und doch zeigt er im falschen Moment eine Schwäche für Yorinobu seine Tochter als Yorinobu wandelte und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können aber er tat es nicht er wollte nicht dass seine Tochter deswegen leidete als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam überredete sie ihren Vater ihm noch eine Chance zu geben verstehe es Hanagosama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet Gibt's Hanako eine Mitschuld oder vielleicht ändert sich das jetzt sieht aus als würde sich das jetzt ändern Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden wenn sie uns hat Zuerst müssen wir zu ihr kommst du mit? ok klar warum nicht verschwinden wir ich hoffe es hat geschmeckt bitte beherren sie uns bald wieder Sägemäle und Plastik was? ok Sägemäle und Plastik wow haben wir das jetzt wirklich gegessen ich hoffe wir können es nicht bereuen oder kriegen dafür Nebenwirkungen und wie üblich natürlich wieder eine kleine Schnellreise ich habe einen guten Ort zum beobachten gefunden ok kann ich kurz gucken ob es hier was zu looten kann ich hier irgendwo Sachen ablegen kann ich mein Auto gerufen Schild na guck mal hier zack Blankkarnatik ja so schön auch dahinten steht doch schön wir müssen nur da hoch klettern ok da hoch da hoch da hoch äh na gut wir folgen ihm lieber mal ne nicht dass wir irgendwo landen wo wir nicht landen sollten Glück legert uns zu niemand scheint hier zu sein ähm ich habe auf der anderen Seite jemanden gesehen Takemura so ich weiß nicht ob das soo gut ist so let's go und aufwärts aber wie gut äh Johnny seinen Daumen gehoben hat wo wir gesagt haben wir helfen ein schöner ausblick auf die stadt wenn 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 er denn schön wäre oh 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 hast du Night City so sehr hm vielleicht habe ich nur Heimweh wie ihr sagt weiter du suchst nach Schwachstellen während ich mir eine Ablenkung ausdenke das hat unsere Absichten nicht erfahren Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablösung Zappetage Zappetage Eine Runde des Zappetage so einfach mal looten ne oh warte 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 da war wieder was zack nein zack ähm achso ich dachte ich kann jetzt hier äh na verdammt da unten ist noch was Nääääh Linka solltest du die beste Aussicht haben Oh ok ich versuche es hier das alte Sachen wird schon noch funktionieren Wollen wir anfangen? sprich den Plan könntest du noch eine Pizza holen? könntest du uns noch eine Pizza holen? ess Quéраст Hätte ich genug Zeit und alle Zutaten, würde ich Onigide mit Dorsch oder Lachs zubereiten. Ja, das ist ein gutes Gespräch. Also, ja doch, das ist gut. Nein, noch besser. Mit Umeboshi-Pfraumen. Arasaka-Sawas Leibspeise. Einfach und lecker. Und weißt du, was ich hier mal kauen gesehen habe? Oder stolz? Eine Proteinriege. Saburo Arasaka und ein Proteinriegel? Laber nicht. Wie ein wahres Soldat. Aber genug. Das bekommen wir noch Hunger. Ja, stimmt. Wir wollen ja erst essen, ne? Kann losgehen. So, guck mal mal. Wie? Antenne. Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Perfekt für Sabotage. Was ist das schön? Ein Betriebstunnel. Dort an der Straße. Höhen vielleicht zu den Lacherhäusern. Rohre. Siehst du? Über die könnten wir hereingucken. Tarngeschütze beim Tor. Sehr tödlich. Das wäre der letzte Ausweg. Okay. Warum kann ich das hier nicht scannen? Ja, ich scanne hier ein Tor. Ähm... Da haben wir es gescannt. Das Positionwechsel. Seiteneingang ist blockiert. Panzertür. Fest verschlossen. Glaub, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Du wolltest bei der Aufklärung dabei sein. Mach deinen Job. Ihr hattet wirklich die Hoffnung. Du wärst nützlich. Aufklang abschließend, nichts weiter zu tun. Aufklang fortsetzen, dann haben wir noch ein wenig umsehen. Nee, nee, hör auf zu nageln. Ich sehe noch mal nach. Ja, wo gut jetzt. Nee, nee. Oh, hier oben haben wir... Hä? Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Gab's die vorher auch schon? Fußgängerbrücke. Allerdings bewacht. Oh, Moment. Nur eine Option, wenn wir keinen anderen Weg finden. Wir fahren ständig Laster rein. Und wir frauen einen? Hm. Aber was ist das hier? Ich glaube nicht, dass das schon gewesen ist, dass das alles war. Aber es könnte natürlich auch alles sein, ne? Ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Komplikipreser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem? Na, machen wir das mal, ne? Einfach mal wieder eine Runde chillen. Wie? Was? Keine plötzlichen Bewegungen. Siehst du sie? Die Katze. Und nur ein Strömung, dachte, die wären inzwischen alle verschwunden? Schönes Tierchen. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Vielleicht ist es eine Bakineko? Eine Bakineko? Was ist das? Ein Katzengeist. Das bringt Unglück. Aber er kann auch Tote ins Leben zurückholen. Was? Er weiß vielleicht, nein. Glaubst du an Geister? Glaubst du an Geister? Der Relic lässt dich mit den Toten sprechen, oder? Es ist keine Glaubensfrage mehr. Meine Großmutter erkannte viele Geschichten über Kitsune, Hapa und Bakineko. Glaubst du Japan, wo bist du aufgewachsen? Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Ich stamme aus dem Slums von Chiba Elf. Einmal wollte ich unbedingt ausreißen. Egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Hier fehlen die unbesperrten Kindertage. Als ich klein war, bin ich immer mit dem Moped über die Hügel gedüst. Und dann war da noch der erste Kuss in einem Sinti-Maisfeld. Ich erinnere mich an den Chemie-Gestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Mit Lastern sagst du? Ja. Gepanzert und bewaffnet. Chiba Elf hatte die höchste Mordrate Japans. Bestimmt heute noch. Haben sie sich fürs Militär rekrutiert? Haben sie euch... Wofür brauchten die Kinder? Lass mich raten, um Konzernsoldaten aus ihnen zu machen. Genau. Wenn sie mich ausfielten, war ich überglücklich. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, suche eine Ausbildung. Okay, nicht schlecht. Und wie ist aus dem Latrinjungen von einst Saburo Arasakas Bodyguard geworden? Bestnoten an der Akademie. Dienst im Sonderkommando. Und Arasakasamas Gespür für wahres Talent. Soll heißen, es war nicht Liebe auf den ersten Blick? Mit unvollständigem Wissen die richtigen Entscheidungen treffen. So wird man der mächtigste Mensch der Welt. Er hat die Wahl aus 100 Kandidaten. Arasakasama hat in jede einzelne Seele geschaut und den Besten für den Job ausgewählt. Na dann, Gratulation. Alles ist gut, wenn es Essen auf den Tisch bringt. Und dafür musstest du nur Arasakas Feinde töten. Hast getan, was du tun musstest, um zu überleben. Das klingt als, verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu gehen. Du behauptest, du hast keinen Dreck am Stecken? Du hast also keinen Dreck am Stecken? Jeder hat das. Wichtig ist nur, woher der Dreck kommt. Dann spuck's aus. Woher ist deiner? Arasaka gab mir, was niemand sonst konnte. Werte, für die es sich zu leben lohnte. Nichts ist wichtiger. Du machst dir die Hände für Geld schmutzig. Nicht für Prinzipien. Ich verurteile dich nicht. Das Leben als Konzernslave ist nicht für jeden. Ich verurteile dich nicht. Oh doch. Du sträubst dich gegen Konzerne. Ihre Ordnung. Ihre ganze Welt. Nur hast auch du keine sinnvolle Alternative. Zieh dich um. Hier hast du sie. Deine Konzernwelt in all ihrer Pracht. Du zeigst mir dreckige Straßen, als wäre nichts anderes möglich. Was ist mit den Millionen, die für Arasaka arbeitern und Stabilität und Sicherheit haben? Und die Chiba-Elf-Slam-Ratten? Die kratzen bis heute ihr Skob aus Dosen. Dank der Konzerne. Wir können nicht allen helfen. Die Leute auf der Straße hassen Konzerne, reden wir über was anderes. Ah. Das bringt nichts. Lass uns das Thema wechseln. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. So sind Nomaden nicht. Nie zu spät. Hm. Hm. Alle Sorgen vergessen. Naja, aber... Hm. Nomaden sind keine einsamen Wölfe mit Egos. Blut oder nicht. Familie ist das Wichtigste. Ja. Aber wir sollten nicht wegen Details streiten. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide Jammertwichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also suchen wir den Konflikt. Hm. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Du hast keine Ahnung, was ich fühle. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Es ist die Pflicht der Lebenden, für die Toten zu büßen. Ich bin sicher, Hanako-sama wird uns helfen. Oder sie lässt uns endgültig kalt machen. Hm. Die Bakken Neko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Okay, sind die beiden jetzt gerade dort runtergesprungen? Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Zeit, etwas zu unternehmen hier bitte. Oh fuck, das wird schlimmer. Du siehst besser aus. Junge, willst du mich verarschen? Ich habe einen... Ja. Ich bin tschüssig im Arsch, Junge. Da sagst du mir, es sieht besser aus. Oh fuck, ja. Juhu. Sehr schön. Ich bin erst doch, ne? Also dann, tschüssi. Tschüss. Tschüss. Nein, ich kann... Nein, ich... Nein, ich will runter. Nein, er kommt schnell. Es tut mir leid. Das sieht zu sauer aus. Alles gut bei dir? Alles gut? Alles gut. So, abwärts. Abwärts. Und... Es gibt da wirklich bloß Stock 1, Stock 8. Wahnsinn. Oh, wir haben vergessen, das einzusammeln, ne? So, wollen wir mal. Jetzt mal ohne Witz, wer denkt, dass das eine relativ ruhige Sache wird. Ich bleibe in Verbindung. Die Ablenkung. Darum kümmere ich mich. Ich klaue den Laster. Oh ja, natürlich. Wenn es optional ist, dann... bin ich immer gerne am Start. Ähm... Ist das der Laster? Das ist der Laster. Sei ruhig, Junge. Gib's aufs Maul. Lauf. Lauf. Tschüssi. Kann ich? Ich bin drin. Gut. Versuch ins Lagerhaus zu gelangen. Ich lenke sie von dir ab. Hm, echt clever. Tja, so bin ich. Okay. Hab das Dach erreicht? Ich bin gleich am Kommunikationssystem. Nein. 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 Hihihi Nein Tutum ist sauer Hm shit, da ist der Tutschhof Ganz neu aufstellen Hätte ich denn sonst jetzt da bitte schon reinkommen können ohne dass ich irgendwie auffällig werde Shit Mann Hä? Ist das immer noch dazu? Ist das immer noch dazu? Krass So Moment Kann ich mal seine Klamotten klauen? Nee Ja, nun Ähm Na gut, dann versuchen wir es halt mal auf die Art und Weise, ne? Wenn das nichts bringt, dann So Das muss reichen Das erste Auch wenn es jetzt nicht gut lief Ich habe keine Ahnung was ich jetzt Blockade aufheben Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ach Blockade aufheben willst du mich verarschen? Dann Dann hätte ich wohl die ganze Was ist das? Wow, was ist das? Ein Mech Oder was? Großer Großer, blöser Roboter Ja Der mich gleich tötet Was aber auch okay ist Weil ich habe es verdient Ich habe es verdient Äh Ja, komm Entweder er tötet mich jetzt Oder ich bleib am Leben Mal gucken Breach Protokoll Kann man auch nur mitnehmen Ähm Wenn ich das jetzt schaffe Wow Okay Ja gut, das einzige was man machen kann, ne? Oh Gott Schuss Ja, Geschichte Du bist doch verrückt Okay, ich lasse lieber doch den falschen Stand so wie es ist, also Jetzt wird die Sache relativ einfach, ey Was? Verhaufe ich jetzt mal So Sehr schön Haben wir auf jeden Fall sehr viel Lüt am Start Oh, fuck, Granate 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 Äh, was? Den Maidu Schwachkopf Was machst du denn da? Bist du wahnsinnig? Ja, komm, voraus V-v-v-v-v-v-v Ja, ich bin leider Ich muss hier ein bisschen aufräumen, dann können wir loslegen Alter Was ist das? Ja Tschüss Ähm, wo ist der nächste? He Oh Oh, okay, cool, das ist kaputt Autsch Hä? Ach, hier ist er Na hallo Autsch Also habe ich mich gerade selber elektrisiert, ich glaube nicht Ich bin so gut Ich bin so gut Äh Wann kann ich die nicht? Äh, ja Ja Ja, warte, warte Nein Jetzt hör doch mal auf Jetzt Ach, scheiße Ach, scheiße Gibt es doch nicht So Ah, zu voll So Das muss reichen Das muss reichen Draußen bist dann nichts als ein leichtes Ziel Sogar ich gerade nicht sehe Ja, ist ja gut, Mensch Ich will ja bloß erstmal in Ruhe looten hier Na, immer schön looten So Mal gucken, haben wir alles Nein, da ist noch was Rotes Legendäre Komponent Ja Gib, gib Ja So Na Na Okay, und das will ich noch haben Warum kriege ich das nicht? Jetzt gibt er Geht doch Geht doch Meine Fresse So Jetzt mal wieder ein bisschen was verstauen Uh, was ist das? Maschinengewehr Ja, schön, schön Das heißt, das ist wiederum gut, dass Das gute Auto bis hier rein vor dem Dorf Dann einfach mal für uns die Sachen entgegen nimmt So Schön Weiter geht's Und gleich wieder überhaupt Aufwand Okay, wow Okay, wo zum Teufel kommst du auf einmal her? Warum habe ich hier niemanden im... So So Sei gut Sollte reichen Ach, da oben Ja, man Ja, man Shit So Okay, noch ne Trophy Du hast recht Du hast recht Ich habe einen Zugangspunkt zum Sicherheitssystem Sehr gut Auch ich mache Fortschritte Aber du machst das bestimmt auf eine andere Art und Weise Während wir hier ganz rabiat reingehen und alles wegballern Macht er das bestimmt auf eine... So Also willst du mich verarscht? Wo kommst du denn her? Ja Da lebt noch Verständlich Ach komm her Ach komm her Ja, lauf gut Sehr schön Autsch, das muss wehtun Das muss auch richtig wehtun So wie es sich gehört Okay Da ist noch einer Und zwei Kriege ich den? Nee Schade Warte mal Laptop Was ist das hier? Okay, das ist nichts So, mit dem Laptop habe ich nicht bemerkt, das muss ich ändern So, erstmal kurz verlinken So, zack 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 Wunderbar Immer noch Chancen was freizuschalten Ähm Nein, verdammt Level So, benutzen Eine Nachricht, Sonderlieferung Mh Okay Nein Lokales Netzwerk, Überwachung Aus So Dann haben wir wenigstens erstmal ein bisschen Ruhe Gefeuert doch gar keiner Was redet der da? Einfall Oh Hallo Nette Rüstung Kriege ich auch so eine? Oh Schade Wo ich ihn doch vor solchen? Okay Na komm, stirb Na Komm, stirb Ist doch denn der da? Ne Hä? Macht euch bereit! Ähm Woll das so Soll das so sein, dass der Typ da unter uns ist? Oh Oh fuck, das ist das denn? Ja, Mann Ja, das muss reichen Sehr gut Was ist das? Hier müssen wir rein, überlegt euch das mal, wir müssen hier rein, dann bereits hier die gesamte, äh, fast die gesamte Armee von ihnen niedergestreckt Niedergestreckt Lauf klar Ok, bin drin Binde den größten Festwagen Die Steuerung ist innen Doch, Herr Fester, komm hier Tak Könnte ein einfaches Terminal sein Alles klar, wie läufts bei dir? Gut, ich geh zum Kontrollraum Sowie für ein wildes Durcheinander Also gut, ich bin soweit Achso, das bin ich Wenn du fertig bist, infiziere ich das System Fuck Was? Hä? Ihhh, ah, ich geh sie, geh sie jetzt fest Ihhh Ah, Scheiße Nein, 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 nein Wo bin ich? Wo bin ich? Ich seh nicht alle Boah, willst du mich verarschen hier? Verdammt, den ganzen Plan versaut ey, echt mal Ja So, kann ich jetzt nochmal bitte Eine Fresse ey Schade Genau, zack Genau, zack Na, wirst du wohl Na, wirst du wohl Und, Mist Okay, da ist noch einer Ist das noch einer? Ja, das ist noch einer, okay Jawoll So, bei dem da, machen wir den hier So, bei dem da, machen wir den hier Sehr schön Der lebt noch Finde ich nicht gut Finde ich nicht gut Und Schuss So, wunderbar Da wäre das erledigt Dann haben wir Da ist niemand Glaube ich zumindest Sieht sie jetzt nicht danach aus, ob hier noch irgendwo jemand rumrennt Das ist von draußen Das ist Buki Das ist auch draußen Das ist Buki Zumindest sehe ich jetzt gerade keinen Gegner Na, okay Oh, ja Zumindest sehe ich keinen Gegner, ne Ach, Mann Das ist wieder wunderbar Ui Das war nicht so gut die Waffe So Ach Mist Okay, das wollte ich wohl nicht Anscheinend hat der Typ gar keine, äh, Granaten dabei gehabt Ist natürlich blöd Aber wir haben es geschafft Wunderbar Hm, schade Ach, sieht er mich? Jawohl Habe ich auch noch nicht gehabt, ne Jemanden mit der Kette zu töten Oder auch nicht zu töten Erlebt anscheinend noch Wahnsinn Nein, nein, nein Du darfst nicht tot sein Hä? Hallo Scheiß Maschine, du Ah, wenigstens gibt es da was Gutes Ähm, auch da So, schlaf gut Wo Wow Oh, shit Äh Ach, scheiße Hehehe Klar, wenn ich schon nicht von den Gegnern sterbe, dann durch meinen eigenen Mist Wow Wahnsinn Ach, Mann Ja, ich kann da tro Ich kann dir das ist das ist roh so was war es wirklich alles noch mal hey du Arsch oh nein bitte jetzt mach keinen scheiß hau ab, hau ab, kusch bin drin gut, versuch ins nacherhaus zu gelangen ich lenke sie von dir ab mh, echt clever tja, so bin ich ok, habe das Dach erreicht bin gleich am Kommunikationssystem aber wie soll ich denn jetzt Mist ich kann natürlich keine Überlastung provozieren na, war mir klar kann ich jetzt vielleicht ach shit so 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 kann ich denn irgendwo verstecken oh, cool hab ich auch noch nicht gemacht, ne, einfach mal so jemanden verstecken gewöhnliche Altenkomponenten oh, schlaf gut oh, schlaf gut oh, shit, wie machen wir das jetzt am besten oh, shit, so Ach guck mal wer hier ist, der gute Temmei, Kumpel, schön, dass du da bist. Und so, das muss reichen, danke Kollege, und jetzt können wir weiter machen. Ich will den Typen anvisieren, danke, gehört der Grüne auch dazu? Was ist, wenn ich das mache? Hm, okay, da gehört auch dazu. Gut, dann warte ich mal ein bisschen. Okay, da scheint ein bisschen intensiver zu sein. Ah, verdammt, da ist dieser komische Mech-Truid. Äh, Unterstützungsmodus, jawohl. Ne, 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 vergiss es. Das wird sowas von auffällig sein, wenn ich hier ... Shit. Was? 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 Ich kann ihn nichts tun? Oh, okay, dann ... Warum kann ich ihm komischweise nichts tun? Theoretisch könnte er mir garantiert ins Knie schießen. Na gut, wenn der Typ mich nicht wahrnimmt ... Hi, na du? Geht's dir gut? Hä? Weiß er, dass ich hier bin, oder ... Was verstehe ich hier gerade nicht? Hm, machen wir mal den hier. Ich hoffe, er schießt nicht auf mich. Okay, kann ich nichts machen. Ach so, er sieht, dass da jemand liegt. Ah, okay. Ja, dann ist ja alles in Ordnung, ne? Alles in Ordnung. Und ich bin gerade voll im Eimer, weil ich nichts aktivieren kann. Hecken beim Ziel unmöglich, okay. Das ist auch unmöglich, warum auch immer. So, äh, zack. Gucken, ob's funktioniert. Ich kann natürlich keinen Überlast machen, ne? Das ist kacke. Hm. Hm. So, aber, ich bin schon 18. Warum kann ich keinen Überlast machen? Jetzt. Aber super funktioniert. Wahnsinn, ich bin begeistert. Ach, komm. Ähm. Was ist nur noch schlimmer für dich? Komm einfach raus! Hm, die kann ich nicht hacken. Ich kann die gerade alle nicht hacken. Nicht mal Bin kann ich aktivieren bei denen. Mit erhobenen Händen rauskommt! Ja, wenn ich jetzt dahin gehe, dann machen die Typen mich fertig. Dann machen die Typen mich fertig. Komm schon raus! Ich tu dir nichts! Und spätestens der Roboter Heino hier macht mich eher platt. Was natürlich auch nicht so schön ist. Ich kann mal was versuchen. Was hundertprozentig nicht funktionieren wird. Aber gut. Komm raus! Komm raus! Und hände da, wo ich sie sehen kann! Das war keine gute Waffe? Äh, keine gute... Hä, warum kann ich denn nicht auf die zielen? Sind das jetzt nicht meine Gegner? Oder hab ich die jetzt kaputt gemacht? Oder hab ich die jetzt kaputt gemacht? Oh, Kamera? Shit! Hab ich die jetzt kaputt gemacht? Okay. Okay, bin drin. Binde den größten Festwagen. Steuerung ist innen. TAC könnte ein einfaches Terminal sein. Alles klar. Wie läuft's bei dir? Gut, ich geh zum Kontrollraum. Sorge für ein wildes Durcheinander. Also gut, ich bin soweit. Wenn du fertig bist, infiziere ich das System. Hm? Okay. Aber ich kann die alle nicht... Ich kann... Hä? Du machst das nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! Ich hätte irgendwas kaputt gemacht? Oder warum nehmen die mich nicht mehr wahr? Hallo? Äh, hi. Gut. Komm schon raus! Ich tu dir nichts! Okay. Na gut, wenn hier nichts mehr passiert, dann können wir uns ja wenigstens hier nochmal schön die Nachrichten durchlesen. Oder von hier... Du machst es nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! Ich hab grad keine Ahnung, was ich genau getan habe, dass das jetzt so... Ja, relativ easy funktioniert. Komm schon raus! Ich tu dir nichts! Komm schon raus! Ich tu dir nichts! Ja, wie gesagt, es gab ein Update, ne? Also... Du machst es nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! Nein, vergiss es! Ich will bloß gucken, gibt's hier irgendwie... Ne... Gibt's auch bloß Nachrichten? Kein Netz? Komm schon raus! Ich tu dir nichts! Ey, ich bin jetzt wirklich skeptisch. Wenn ich jetzt weitergehe, nicht, dass die mich angreifen. Ich speichere nochmal kurz. Safe for safe. Extra noch... Wobei, warte, wir können ja den nochmal überschreiben. Zack! Ist das jetzt jeder... Gegner unser Verbündeter ist? Kann ich den hacken? Auch nicht! Ich bin jetzt nicht... Ha! Uah! Großer Spielzeug für große Kinder! Ähm... Ja, gut! Okay! Dann halt nicht! Hallo! Okay! Der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest du damit nach Tokio fliegen? Ah! Vielleicht tue ich das! Gut gemacht! Jetzt bin nicht dran! Siehst du das? Absolutes Chaos! Sogar das Dach öffnet! Nee! Das Dach! Dort kannst du raus! Denn hier gibt es kleinere Gebäude! Über die kommst du runter! Ja, ja! Ist alles gut! Alles gut! Ah, hier ist das Dach! So! Ähm... Hopp! Perfekt! Also wie gesagt, das feindliche Bereich... Oh, jetzt kommt feindlicher Bereich erst! Was? Während uns keiner hier irgendwie groß angreift und kaputt machen will? Gut, von mir aus... Shit! Ha! Das hat funktioniert! Sehr gute Arbeit, B! Okay! Was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück! Üben uns im Geduld! Ich melde mich vor der Parade bei dir! Bis dahin... Halt dich bloß von Ärger fern! Als hätte ich nicht schon genug! Gehe anderen Hinweisen nach oder warte bis Takemora bereit ist! Ja, also... Aua! Autsch! Aua! Da oben ist unser Auto! Ja, wunderbar! Mensch, was war das denn jetzt für eine Mission? Also... Ich bin skeptisch! Einerseits würde ich sagen... Andererseits... Naja... Und die kann ich wieder hacken! Ist das irgendwie ein Gebiet, was ich lieber vermeiden sollte? Also... Wie sonst immer, ne? Aber ich halte mich ja eh nie dran! Lalalala! Ups! Oh! Die scheinen ziemlich stark zu sein! Oder... Der wurde nicht infiziert! Oh, schuld! Ja! Sehr schön! Ähm... Zack! Wunderbar! Er hat gesagt, wir sollen keinen Ärger machen, ne? Er hat gesagt, wir sollen keinen Ärger machen, ne? Oh, wow, 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 wow... Bleib mal cool, Junge! So! Was willst du denn? Flaschen! Haha, bitte nach! Oh Gott, waren das jetzt Verbündete? Die kennen wir doch! Den wollen wir doch, äh, dieses Trinkspiel spielen! Aber immerhin, sie haben uns angegriffen, also... ... Verbesserung, erhalten Sie für die Fertigkeit, Gewehr, okay... So! Hallo! Fehlt mir die Flasche! Fehlt mir die Flasche! Danke schön! Na! Na! Sehr schön! So! Das Auto kommt natürlich nicht zu uns! Oder doch! Ui! Was denn jetzt los? Oder er verschwindet! Oder er verschwindet! Oh, Anruf! Hallo, wie? Oh? Jefferson? Ich brauche nochmal deine Hilfe! Ist... ...was Privates! Klar doch! Okay! Worum geht's? Nicht übers Holo! Komm vorbei! Dann erkläre ich dir alles! Keine Angst, Jefferson! Ich helfe dir! Danke! Kommst du also? Weißt du noch wohin? Klar doch! Bin sofort da! Oh, oh, oh! Okay! Okay! Gibt sich doch ein Apartment der Perales! Was ist da nur los? Was ist da nur los? Ob nicht kriegen wir jetzt keinen Stress mit denen! Und wo zum Teufel ist da? Also... Wollte grad sagen wir... Wo zum Teufel ist da denn? Ähm... Erst ist er hier... Da ist er hier... Und jetzt ist er... Ja! Der May! Hallo! Wie bin ich? Ja! Ähm... 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 Waren die Türen schon immer weg? Guten Tag, Sir! Was geht ab, Del? Ich möchte mich für meine jüngsten Ausschweifungen entschuldigen. Ausschweifungen? Ha! Übertreibst du nicht ein wenig? Ich stellte meine persönlichen Ansichten über meine berufliche Verantwortung. Kundenzufriedenheit und Professionalität haben stets oberste Priorität für das Delamay Network. Bist professionell und ich bin zufrieden. Zubütig von Ihnen. Doch die Standards, die ich zu erfüllen habe, sind deutlich. Ich... Del... Du machst es dir selbst zu schwer. Diese Standards sind die Basis, auf der ich die Delamay-Marke gegründet habe. Sie ermöglichen mir erstklassigen Service und anhand mir zu sein, wie ich sein will. Durch Loyalität zu deinem Kunden wirst du dir selbst loyal. Meinst du das? Exakt. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Dankeschön. Warum sind dort so viele Markierungen? Was ist... da. Ah, fuck. Sie sind zu stark oder. granate ja die sind zu stark oh ja die sind zu innen weil ich sollte gehen tschüssi kowski tschüssi viel spaß noch tot im auto wäre natürlich auch eine ganz blöde idee aber ich würde sagen wir haben noch zeit und da könnten wir uns noch erstmal machen wir hier noch eine runde technisch fähigkeiten zack und dann würde ich sagen wir machen noch eine kleine nebenmission was haben wir hier ein schießwettbewerb was ist da wohl los tolles zu gewinnen gibt einen riesigen teddybären ein aufblasbarer schwert einen kleinen fußball jedenfalls viel spaß aber klingt nicht aus den kämpfen von leuten die wir wollten doch eigentlich hier kleptomanie stellen ok wie weit entfernt 3,1 kilometer finde alles ich bin halt wirklich durch die handel gefahren wirklich also dass die Gut, sorry, aber es steht immer noch gerade, also passt das schon. Geht es ihm gut, geht es ihm gut, ich finde es gut. Geht einfach, einfach schön drüber voran, ja ihm geht es gut, alles klar. Hä? Okay. Oh, was ist denn, oh, ähm. Weißt du, wo sie ist? Mann, wir stecken echt in der Scheiße. Was? Sie hat Feenung gebracht? Fuck! Ich weiß nicht! Ich glaube, kommt, dass ich mit ihm reden kann, ne? Der Maze? Oh nein, der Maze explodiert, verdammt. Da war dann noch so, ja, sprunghaft. Was ist das? Ui. So. Gehst du weg? Ah, ha, ha, ha. Ähm. So. Ja, erstmal nachhören, wunderbar. Ich hab' keine Ahnung, was ich jetzt gemacht hab', warum das sein musste, oder... Gab's hier wieder irgendwas Geheimnisvolles? Ich hab da irgendwas gemacht, was ich noch nicht machen sollte. Wie immer. So. Ja, ja. Generator ist schön. So. Okay, hier haben wir noch bisschen was. So. Ja, gut. Der Mei ist im Eimer. So. Wollte ich sagen, rufen wir uns den neuen Delmei. Ach, da bist du ja schon. Sehr schön. Da kann's auch gleich weitergehen, ne? Die schöne Fort. So. 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 schon alle verdammt welcher center ist denn das überhaupt radio ja ist gut ich muss ja gut schön eine tote stadt bei dem verheerenden einsatz wo kommt die schütt die 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 So, erstmal eine ganze Armee auf einmal erledigen. So, das muss reichen. Sehr gut. Ich liebe es. Nicht groß fingerschmutzig machen, sondern einfach nur den Rest dann einsammeln. Oh so, da ist jetzt die Ho... Geht doch. So, schön. Schön, noch was. Ach guck mal, wir hätten hier auch bumm machen können. Schön. Aber wie gesagt, hätten. Ich bin wieder zu voll, wir müssen irgendwie mal eine Möglichkeit finden unsere Gewichtskapazität zu erhöhen. Ich finde das halt super, dass in dem Auto so viel reinpasst. Wahnsinn. Okay. Okay. Okay, dem geht's gut. Alles klar. Oh, na, ist, ist gut jetzt. Junge. Jetzt hauern. Auf die Fresse. Ja, ja. Wenn du nicht abhaust, gibts auf die Fresse. Genau. Ja. So, was haben wir hier schönes, was blau ist? So. Schwierigkeitsgrad war mittel hoch, ne? Ach, guck mal, hier waren wir doch schon, hä? Ja. Ach, guck mal, hier oben. Zu mir? Das ist alles. Danke. Okay, keine Zugehörigkeit, also wird hier glaube ich alles in Ordnung sein, ne? Oder auch nicht. Schlaf, Alter. So ist es fein. Oh, Mann. Oh, Mann. Shit, shit, shit. Aber Augen nicht. Augen brauchen echte Küken. Außerdem ist es hier. Shit. Ja, das war jetzt relativ schnell, ne? Wir haben es geschafft, glaube ich. Brauchte ich jetzt mal. Vielleicht war das auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Und eine weitere Platte von guten Johnny. Sehr schön. Und hier hätte ich natürlich die ganzen Leichen verschaffen können, ne? So, warte mal. Ich will erst mal... Ach, hier kann ich noch... Nein, ich wollte doch gar nicht. Ja, Mann. Ich da mit. So. Wer hätte das gedacht? Konzerne oder nicht? Ohne Chrom sehen alle aus wie Kugel durch siebte Fleischsäcke. Okay. Nein, 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 ja. Ja, und tschüss. Auch wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht wirklich mal was bringt, aber man kann es ja trotzdem machen. So, ist das jetzt der Laptop? Laptop hinterlegt, der Laptop war im Übergabe-Ort, ja. Gibt es hier wirklich niemanden mehr? Hey, wo kommst du denn her? War gerade unten. Willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich geh da nie runter. Ich weiß nichts. Die haben mich gezwungen. Nein, ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Ich habe nicht viel Zeit. Warum hast du nicht viel Zeit? Ich weiß nicht. Komm. Du lügst. Du glaubst mir nicht, das ist okay. Aber was hältst du von einem Rabatt? Rabatt? Was meinst du? Sonderpreise für Sonderkunden wie dich. Im Austausch dafür, dass... Ich vergesse, was ich im Keller gesehen habe? Ja, genau so meine ich das. Klar, Deal. Keller ist schon vergessen. Perfekt. Sehr schön. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Aha. Bist du schon lange hier? Zwei Jahre. War am Anfang nicht leicht, aber jetzt kenne ich die richtigen Leute. Am wichtigsten Abyss ist es... Du gehst einfach. Okay. Also, wie gesagt. Am wichtigsten Abyss ist es die... Du gehst einfach. Okay. Also, wie gesagt. Du gehst einfach. Am wichtigsten Abyss ist es, die richtigen Leute zu kennen. Flexibel und kooperativ zu sein hilft auch. Was hast du so für Ware? Habe ich überhaupt genug Kohle? Oh ja, guck mal hier. Können wir uns was Neues einbauen? Nein. Können wir uns hier was Neues einbauen? Ja. Ermöglichst das Zählen und Schießen beim Ausweichen verlangsamt die Zeit beim Blocken, Zählen und Angreifen während einer Ausweichmanöver Sekunde. Ermöglichst das Zählen und Schießen beim Ausweichen verlangsamt die Zeit bei Blocken, Zählen, Angreifen während eines Ausweichen 1,5. 1,8. Können wir uns das noch einbauen? Nein. Verdammt. Das ist ein Entweder-Oder. Schade. Oder weil wir das schon genommen haben. Warte mal. Das haben wir bereits drin. Alles klar. Und das kostet... Ah, nee. Hä? Benötigst du zwölf Reflexe. Okay, also ich kann jetzt... Ich habe mir das jetzt erworben und kann jetzt wirklich jederzeit switchen. Okay. Gut, gut. Brauche ich es nicht bezahlen. Ist auch schön. Gibt es hier was Neues? So, was haben wir denn? Genau, wir können ja hier... Na, wollen wir alles nicht. Gorilla-Armer Hamburg. Gibt es hier was Neues? Vier... Belangsam die Zeit, 8 Sekunden lang. Ah, nee. Rotz. Hier irgendwas. Achso, die Augen. Hab ich die überhaupt schon mal gemacht? Ist hier noch irgendwas? Stellt noch... Was? Stellt nach Neutralisierten eines Gegners sofort zwei Wortpunkte wieder her. Okay. Habe ich jetzt erworben, kann es aber nicht nutzen. Schön. Dankeschön. So, was ist... Erhöht die Gesundheit um 20. Ja. Erhöht die Tragkapazität um 40. Tragkapazität um... Alles klar. Okay. Gut. Hier gibt es nur eine Variante. Ermöglicht das Benutzen der Smart... Zählerfassung von Smart Waffen. Verbindet die optischen Implantate. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Power Waffen. Hm, was haben wir? Ermöglicht die Benutzen der Smart Zählerfassung von Smart Waffen. Äh, dann nehme ich das mal. Ja. Ja, gut. Mehr braucht man nicht. Dann tschüss Ihnen, ne? Ciao, ciao. Ja. Ja, ich gehe einfach. Tschüss. Die Parade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen handelt ihr nur kein Ärger ein. Nee, nee, nee. Vergiss es, hä? Ich muss erst mal meinen Mini-Auftrag erledigen. Oh, Mann. Warum, warum, warum? So. Ja, das ist schön. Dankeschön. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. Okay, die sind hier irgendwo hier oben, ne? Hier irgendwo. Naja, kann mir egal sein. Ich soll meine Aufgabe erledigen. Sehr schön, Auftrag ausgeführt. Perfekt. Perfekt. Genau die Tag, die ich haben wollte. Danke. Immer wieder gern. Immer wieder gern. So, und wir können ja auch gleich mal ein paar Waffen verticken, ne? Komm, wir brauchen ein bisschen Kohle. Ist zwar jetzt nicht viel Kohle, die wir kriegen, aber besser als nix. Oh, warte. Oh, warte. Nein, na, das war doch ne gute Waffe. Das war, na gut. Sieht aus wie ne gute Waffe, ist aber jetzt doch nicht so gut. Wunderbar, Kohle mäßig, passt. Pass auf, ey. Ey, was willst du? Ey, was willst du? Ne? So, was willst du, hä? Oh, fuck. Okay, das war nicht geplant, dass der Kopf wegfliegt. Alles cool? Oh, wow. Hä? Okay. Ach, da sind sie doch nicht. Oh, geil, geil, Polizei, Polizei. Und tschüss. Er muss da auch mal sein, ne? Oh, contouring. Ja, das war nicht. Okay, okay, alles cool, der Typ ist weg, ich habe ihn nicht getötet, es ist nie was passiert und ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann zum Bazar begeben, wo wir uns wieder mit dem guten Takemura treffen, um dann anscheinend das große Finale einzuleuten bzw. erst mal das Gespräch zu finden. Ob es so einfach sein wird, werden wir sehen und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Lektor lassen oder eben einen Kommentar und bis dahin erst mal. Tschüss!